Das Element Wasser ist für mich das Hauptelement, das wir als Menschen brauchen, um zu leben. Ich kann es gut mit mir verbinden können. Das Wasser ist mein Element, das ich mich am wohlsten fühle und auch im Leben, wie jeder andere. Was Surfen in der Schweiz für mich wirklich speziell macht, ist die Kombination aus dem Urbanen. Das vermischt mit dem Element Wasser, dass man kombiniert, extreme Momente drin zu sein, umgeben von lauter Chaos. Es braucht die Extraportion Leidenschaft, die Extraportion Hingebung, um dem Sport in der Schweiz nachzugehen. Das ist das, was es so speziell macht und was jeder Schweizer Surfer so speziell macht. Das ganze Jahr wirklich mit vollem Herz dabei. Swisssurfing gibt es seit 1991 und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist Victorinox seit etwa 1994 bei uns mit dabei. Wir sind beide sehr klassisch und tief verankert und trotzdem streben wir immer gemeinsam nach Innovation. Ich bin Jonas Weilmann, Vizepräsident bei Swisssurfing und würde mich als leidenschaftlicher Surfer bezeichnen. Ich bin Jan Schenk, ich bin seit 14 Jahren am Surfen. Eine gute Uhr für den Surfen muss sicher robust sein und wasserfest. Ich kann gerne, dass ich weiss, was für Zeit das ist, wegen der Zeiten, damit ich das ein bisschen im Griff habe, wenn das Hightight ist und so. Das ganze Design der Uhr ist sehr simpel. Es ist leicht und trotzdem auch optisch schön zum Anschauen. Und genau das, was ich in meinem Leben suche. Das ganze Wundersitz das Buch vom